Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie die Eingabeaufforderung im sogenannten Windows X-Menü oder WinX-Menü wiederherstellen können. Bis einschließlich Windows 10 Redstone 1 gab es im WinX-Menü die Möglichkeit, die Eingabeaufforderung aufzurufen. Hier ganz kurz gezeigt, also rechte Maustaste und da haben wir hier die Eingabeaufforderung und die Eingabeaufforderung als Administrator. Nun mit Redstone 2 habe ich jetzt hier rechte Maustaste geklickt, da haben wir hier die PowerShell, das heißt die Eingabeaufforderung, die ist einfach ausgetauscht worden. Nun vieles, was man in der Eingabeaufforderung machen konnte, kann man auch in der PowerShell machen. Dann können wir einfach mal hier aufrufen. Verzeichnisanzeigen, das meiste geht hier auch. CD Windows System 32. Aber eben nur fast alles, denn wenn ich jetzt zum Beispiel denselben Befehl eingebe mit Eingabeaufforderung, CD Windows System 32. So, bekommen wir hier auch, der ist entsprechend angezeigt, aber eben minimal anders. Ich bekomme keine Zusammenfassung und Verzeichnisse werden hier auch nicht angezeigt. Ich habe hier drei Dateien mit Z, die habe ich hier auch und da drüber liegen die Verzeichnisse mit Z und die werden hier nicht angezeigt. Gibt es natürlich auch den entsprechenden Schalter für, aber halt nicht in der Standardeinstellung. Ebenso wie die Übersicht der Dateien, die da drin liegen. Streng genommen kann die PowerShell noch viel mehr. Die alte Eingabeaufforderung dagegen war regelrecht beschränkt, weswegen Microsoft ja auch die PowerShell überhaupt entwickelt hat. Trotzdem wollen viele Nutzer lieber wieder die alte Eingabeaufforderung im WinX-Menü zurückhaben und Microsoft hat dafür extra einen Schalter eingebaut. Er ist halt nur seit Redstone 2 standardmäßig nicht aktiviert. Das Ganze umzuschalten ist einfach. Erst nochmal der Vorherstand, also hier die entsprechenden PowerShell-Einträge. Ich gehe mit meiner Maus über meine Taskleiste, rechte Maustaste und im Kontextmenü diesen Taskleisten Einstellungen aufgerufen. Da klickt man drauf und dann haben wir hier unten den entsprechenden Eintrag. Die Eingabeaufforderung im Menü durch die PowerShell ersetzen. Wie gesagt, standardmäßig eingeschaltet. Schalten wir das Ganze aus und schon haben wir direkt hier wieder die Eingabeaufforderung für die Nutzer, die das gebrauchen können. Okay.